Herzlich willkommen zu Solamento TV, euer Magazin rund ums Thema Meise. Heute mit der großen Giudelca, Dominikanische Republik. Wir sind auf dich. Wir sind hier. Wir treffen uns. Ich freue mich. Ich freue mich. Auf Solamento. Diese wunderschöne, super hochwertige Reise für Anzardos. Solamento. Ich freue mich auf Saja und Michaela, die mich in Madrid versuchen. Das ist fantastisch. Ich freue mich total. Und ich bin super glücklich. Und wir freuen uns auf dich. Und wir werden auf alle für die Deutschland besuchen. Genau. Wir werden Dominikanische Republik besuchen. Wir werden was gemeinsam auf der Beine stellen. Lasst euch richtig überraschen. Es kommt fantastisch für uns in Deutschland. Mit Solamento. Und mit dir. Ja, okay. Und wenn ihr euren persönlichen Reiseberater findet wollt, dann geht ihr auf die Solamento Probenkommenseite. Die ist neu. Da findet ihr euren Reg은reiseberater, der euch auch zur Dominikanischen Republik informieren wird. Ja! Ja! Juhu! 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 Juhu!